Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Heroes Gunslinger, dem wahrscheinlich letzten Part. Denn wir sind beim Finale angekommen, wie es oben steht und wir drücken gleich mal auf Start und gucken uns an, wie das Finale denn aussieht. Sir, ist das wahr? Haben Sie unsere Kugel das ganze Zeit? Nicht das ganze Zeit. Oh Mann, ich denke, dass du hier bist. Vielleicht bist du, Jack. Vielleicht ist es Zeit, zu bezahlen. Du siehst, Ben, oder ich würde sagen, Bob, dein Vergangen immer mit dir. Oh, choose your destiny. Redemption oder Revenge? Ihr Arschlecker. Was soll ich denn jetzt machen? Revenge, natürlich. Oh yeah, ein allerletztes Duell. Okay, jetzt gibt es hier aber gar keine Prozentanzeigen oder so. Was soll denn der Scheiß? Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst, dass ich mir erst mal wieder versauen werde, alles hier. Ist ja nix Neues. So, aber jetzt, mein Freund, Bob. Jetzt wirst du sterben, Bob. Dein letztes Stündlein hat geschlagen, mein Freund. Oh yeah. Molly, halt's Maul. Und gib mir ein neues Bier, bitte. Und nen Whisky. Und reed. Die Koffer, natürlich. Well, das war die letzte Koffer in diesem bestimmten Koffer. Ich hab's ja gewusst. 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 Du bist okay, Mann? Du bist ja gewusst. Dwight, vielleicht besser du gehst. Oh yeah, Leute, was für ein kurzer Part. Aber das lassen wir noch durchlaufen. Na gut, ich hab gedacht, das Lied läuft ein bisschen länger. Wer will denn hier schon die Credits anschauen, Leute? Ja, das Spiel ist durch. Call of Heroes Ganslinger ist fertig. Ein sehr kurzer letzter Finale-Part. Hätte ich das gewusst, hätte ich das noch in den letzten Part reingehauen. Aber jetzt ist es zu spät. Und ja, wir sehen uns dann bei einem nächsten Projekt. Haut rein, Leute. Tschüss. 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 Mit seiner scheiß Schoßflinte, Alter. Jawohl. Aber der Junge ist nicht ziemlich verabschiedet, noch nicht. Es braucht mehr als eine kleine Kugel, um zu töten zu töten, Partner. Die beiden sahen, wie sie sich noch nicht gesehen haben, seit langem. Er ist sicher, dass sie nicht mehr Freunde waren. Ich hoffe, dass ich dich nicht töre. Du musst nicht, Butch. Ich töre dich erst. Ich fragte ihn über Bob Bryant, aber sie waren zu viel mit ihren eigenen Gesprächen. Okay. Okay. Ich muss gleich gegen zwei auch noch los hier. Ah, Mann! Ich schaff's ja kaum gegen einen. Wie soll ich's denn gegen zwei schaffen? Hm. Ja. Jawohl! 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 Ein Dreier war das! Das war ein Dreier-Duell. Oh yeah! Okay, Leute, dann haut rein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss! Das war's. Bis zum nächsten Mal.